Hallo und willkommen zurück zu Star Stable Herbstritt. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Jorvik-Stall, reiten dabei aber über Hillcrest, um zwei Quests abzugeben. Genau. Ach ja, das verschwundene Pferd. Ja genau, das ist das, was wir in Hillcrest abgeben. Ich war gerade kurz verwirrt. Und den Hund beim Jorvik-Stall. Und dann, wenn wir eigentlich wieder da unten sind, vielleicht gehen wir noch zu Lisa und machen nochmal ein Rennen und geben die andere Quests bei ab. Mal schauen. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir wieder zurückkommen. Ich hatte überlegt, das außerhalb der Aufnahme zu machen, zurückzureiten, weil wir ja schon mal hingeritten sind. Und das dann vielleicht zu langweilig ist, aber wir müssen ja nicht genau den gleichen Weg reiten. Ich gehe jetzt mal hier zu dem Weg. Und dann reiten wir einfach mal den Weg entlang, sofern der in die richtige Richtung führt, weil ich glaube, der führt hier am Wasser entlang. Und das könnte ganz schön sein. Habe ich eigentlich den Eimer wieder aufgefüllt? Ja. So. Da haben wir das schöne Meer. Richtig schön. Ich glaube, Jorvik soll ja so nördlich liegen. So Skandinavien in dem Bereich. Und ja, deswegen sind wir dann ja auch am Meer. So ganz im Norden wahrscheinlich. Ach, ich liebe dieses Wasser. Ich weiß, es sieht eher unrealistisch aus, weil es halt wirklich extrem spiegelt. Aber irgendwie finde ich hat das was. Oh. Oh oh. Mist. Aber irgendwie finde ich, hat das was. Also es ist irgendwie mega schön. Dann schwimmen wir jetzt ein kurzes Stück. Wir sind auch gar nicht so weit entfernt von Hercrist. Ich muss jetzt gleich dann nach rechts einschlagen. Dann sind wir schon da. Vorausgesetzt, ich finde auch wieder den Weg auf den Berg. Und reite nicht wieder irgendeinen komischen Umweg entlang. Und es wird wieder dämmerig. Wären wir jetzt in Star Stable Online, dann wäre hier... Ne, Moment, dann wäre... Hier Südhof. Ist zwar ein bisschen kleiner als Südhof, aber ja. Und da hinten Nebel... Oder? Wäre da Nebelfall? Ne, Nebel... Doch, Nebelfall wäre dann hinter uns. Da. So ungefähr. Stimmt ja nicht so ganz überein hier. Ich speichere mal jetzt noch nicht. Ich glaube, das mache ich dann in Hillcrest. Also abspeichern und schlafen gehen, damit es wieder hell wird. Weil noch geht es ja. Und ich finde das auch irgendwie schön. Die Dämmerung. So, wir sind ganz nah. Jetzt müssen wir nur den richtigen Weg nach oben finden. Ich sehe es sogar schon da. Ähm, weil... Wir haben ja gelernt, wenn wir einfach so drauflos da hochreiten, das funktioniert nicht. Ich muss nur den Weg finden. Und ich glaube... Ne. Ne, das ist er noch nicht. Hm. War hier nicht irgendwo ein Weg? Jetzt reite ich ja nämlich wieder komplett weg, aber... Es gab ja zwei Wege nach oben. Ich dachte, der eine ist jetzt hier irgendwo. Doch, ich glaube, der ist hier. Oder? Ach man, wo ist denn der? Der muss doch hier jetzt sein. Hier, das sieht nach einem Weg aus. Ich glaube, hier ist er. Unser Pferd ist schon wieder am Verdursten. Ne, das ist auch doch kein Weg. Hä? Das sah gerade aus wie ein Weg. Wo ist denn der Weg? Ist er hier? Ja, das ist jetzt aber ein Weg. Das ist jetzt ein Weg. So. Haben wir den Weg auch gefunden. Sind wir gleich da. Jetzt kommt diese Schrift mit dem, dass das Pferd sich nicht wohl fühlt. Ja, jetzt, wo das komplett leer ist. Aber wir speichern ja gleich ab. Und dann versorgen wir das Pferd. So, ich habe dein verschwundenes Pferd gefunden. Abholen kannst du es selber. Danke, das ist eine gute Nachricht. Ich bin sicher, es wird bald nach Hause finden. Ach, das Pferd muss selber nach Hause finden. Okay. Und wir haben wieder eine neue Quest hier freigeschalten. So, dann geben wir uns mal hier wieder. Wir haben 30 Fähigkeitspunkte. Ja, das ist irgendwie doof, dass ich dir letztes Mal versehentlich zwei bei Pflegen gegeben habe. Aber macht ja nichts. So, ich versorge jetzt schnell das Pferdchen. Ich muss jetzt echt mal die nächste Folge bei irgendeinem Stall beenden, damit ich ein bisschen Stallarbeit machen kann. Sonst, ähm... Ja, kann ich auch nicht mal was... Oh, doch, wir haben jetzt wieder Relativ... Wo kommen denn jetzt die ganzen Stallpunkte her? Wir hatten vorhin fünf. Haben wir jetzt so viel mit den Quests gekriegt? Weil ich wollte gerade sagen, dann können wir uns doch irgendwann nichts zu essen mehr kaufen. Aber wir haben jetzt doch... Wir haben eine SMS bekommen. Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern, dass du auf dem besten Weg bist, ein echtes Claymore-Wettkampf-Ass zu werden. Weiter so, Herrmann. Hä? Okay, kam die SMS jetzt einfach so random? Weil wir haben ja gerade keine Quest gemacht. Ich habe ja mein Pferd versorgt. Das ist ja merkwürdig. Ich dachte, das kommt immer, wenn man bei irgendeiner bestimmten Quest ist. Aber gut. Keine Ahnung. Na ja. So. Unserem Pferd geht es wieder bestens. Dann kaufe ich kurz Heu und dann... gehen wir schlafen. Es geht auch viel schneller los, wenn es versorgt ist. Also es reagiert dann viel besser. Ich kaufe jetzt mal hier ein bisschen Vorrat. Dann reicht das auch eine Weile. Es ist so doof, dass man das nicht stapeln kann. Also es geht wirklich nicht. Wenigstens haben wir diesmal kein Tutorial bekommen, wie man einkaufen kann. So, hier war glaube ich der Speicherpunkt, ja. Abspeichern und schlafen gehen. Ah, da fühlt man sich gleich wieder frisch. Startet in einen neuen Tag. So, was willst du jetzt von uns? Liebesglück? Uh. Aber ich warte lieber glaube ich kurz. Weil jetzt ist die Musik wieder so laut. Ich habe da eine Idee. Könntest du dieses Hufeisen zu Mrs. Masterson bringen? Du weißt schon, die nette Lady, die im Haus am Fluss wohnt. Ach, die heißt Mrs. Masterson. Okay. Jetzt wo Mrs. Barnabas ihr den... Äh, Mr. Jetzt wo Mr. Barnabas ihr den Hof macht, wird sie viel Glück brauchen. Hä? Also irgendjemand steht auf diese Mrs. Masterson und er... Gibt ihr dafür ein Hufeisen oder was? Hm. So, jetzt Frage. Sollen wir kurz zu Lisa? Die ist ja bei der Windmühle. Das ist da vorne. Und wir haben jetzt auch eine Quest in Walledale. Ja, komm. Schauen wir kurz bei Lisa vorbei. Weil wir haben ja jetzt eine Weile schon keine Rennen mehr gemacht. Dann mache ich da noch ein Rennen. Und bringe ihr diesen Trank vorbei. Also ich weiß, im Video kommt die Musik nicht so laut rüber, weil ich die halt immer leise stelle. Aber während ich die spiele, auch für den Kopfhörern ist das so unglaublich laut. Das ist so ein... Also das ist so ein bisschen nervig. Ich finde, die hätte man ein bisschen leiser machen können. Ich meine, sie ist wunderschön und ich liebe sie auch. Aber man hätte sie ein bisschen leiser machen können im Vergleich zu dem anderen Spielsound. Ich meine, man könnte jetzt sagen, öh, dann dreh doch einfach die allgemeine Lautstärke runter. Ja, aber dann ist der restliche Spielsound zu leise. Weil das irgendwie nicht so gut ausgeglichen ist. So, mir ist auch aufgefallen, also das habe ich letztes Mal irgendwie gar nicht richtig bemerkt, aber die Soul Raider haben ja eigentlich ihre Pferde. Tinkan, Meteor und so weiter. Und neben denen stehen... Das wäre so laut. Neben denen stehen einfach irgendwelche Random Pferde. Also das ist ja wohl nicht Tinkan. Ich glaube nicht, dass er das sein soll. Und neben... Äh, Linda stand ja auch irgendwie so ein graues Pferd, das unserem sehr ähnlich aussah. Das sieht ja auch nicht aus wie Meteor. Finde ich ein bisschen... Ah, nee, warte, sie hat nicht Tinkan. Sie hat Starshine. Entschuldigung, ich habe mich jetzt... Genau, das sieht nicht aus wie Starshine. Weil wir wissen, Starshine ist weiß. Also, wer ist dieses Pferd? Das ist nicht Starshine. Stimmt, Alex hatte Tinkan. Habe ich mich gerade vertan. Vielen Dank, das ist genau das, was mein Pferd zum Gesundwerden braucht. Es hat eine hartnäckige Erkältung, aber dieses Mittel wird ihm jetzt bestimmt helfen. Meinst du wirklich, ihr seid schon fit für die Silbermedaille? Du und dein Pferd? Andernfalls könnte die Täuschung groß sein. Na klar, das schaffen wir. Drei Minuten haben wir. Das müssten wir locker schaffen. Und ich glaube, ich mache auch gleich schon Gold. Wenn wir das schon hinkriegen. Aber ich denke schon, weil die Zeit ist ja hier... Nicht zu knapp bemessen. Dann machen wir gleich noch Gold, weil ich glaube, dass wir dann keine Quests mehr bei Lisa haben. Dann müssen wir nicht mehr diesen Schlenker hier nach hinten reiten. Wobei, bei dem Leuchtturm könnte noch eine Quest sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt hier ein paar Leuchttürme. Und bei zwei oder so war, glaube ich... Huch, wo reite ich denn jetzt lang? Das ist jetzt richtig dumm. Und bei zwei, glaube ich, sind auch noch Quests. Aber wie gesagt, es gibt hier auch viele Orte, bei denen es gar keine Quests gibt. Die man einfach nur durch Rumreiten erkunden kann. Das habe ich ja schon mal gesagt. Da werde ich jetzt aber hier im Rahmen der Videos jetzt nicht unbedingt hinreiten, weil das jetzt auch nicht so spannend ist. Das ist dann mehr was für jemanden, der das Spiel alleine spielt und für sich erkunden möchte. Hm. Also ich glaube, das hier ist auch noch eins von den sehr einfachen Rennen, weil wir hier ja nicht einmal springen müssen. Bei Lisa, ähm, äh, bei Linda haben wir ja springen gelernt. Hier lernen wir jetzt, keine Ahnung, einfach durchs Gelände reiten. Und das wird halt dann später nochmal alles miteinander kombiniert. So, also wir brauchen ungefähr zwei Minuten für einen, einen Durchlauf, wobei ich ja jetzt vorhin auch gegen diesen Baum geritten bin, also eigentlich eher weniger. Dann schaue ich jetzt mal, was wir für Go- Gold, für Gold, äh, machen müssen. Ich tränke das Pferd mal schnell, damit es gleich beste Leistungen erbringen kann. Füttern tue ich jetzt nicht. Das ist, ähm, nicht nötig und kostet Geld. Sehr gut, ausgezeichnet sogar. Muss ich echt zugeben. Hier ist die Silbermedaille. Jetzt brauchst du nur noch Gold. Ja, wir haben noch keine einzige Goldene. Wir müssen mal hier, welche waren das jetzt, das oder das? Ne, das hier wahrscheinlich, weil hier springen wir ja. Und das ist das bei Hermann noch. Ja, machen wir gleich Gold. Das ist jetzt die schwierigste Etappe auf dieser Strecke. Meistens muss ein Neuling jahrelang trainieren, um diese Zeit zu schaffen. Aber du hast bisher schon so gute Leistungen gezeigt, dass ich es dich versuchen lasse. Viel Glück. Jahrelang trainieren? Äh, ich glaube eher nicht. 2 Minuten 30, ja, also das schafft man ja wohl locker. Also jahrelang trainieren, das ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, wie gesagt, wir sind vorhin kurz gegen den Baum geritten und haben es trotzdem unter 2 Minuten geschafft. Naja, dann haben wir das wenigstens hier abgeschlossen und ich meine, dass wir dann auch keine Quests mehr bei Lisa haben. Dann müssen wir nicht mehr hier runter reiten. Dann haben wir das abgeschlossen und unsere erste Goldmedaille. Und wenn wir dann beim Jorvik-Stahl sind, können wir eigentlich auch gleich noch Gold bei Linda machen und bei Hermann diese zwei kleinen Medaillen. dann haben wir schon, ja, schon fast die Hälfte. Oder es gab sieben Rennen, glaube ich. Nee, nicht ganz die Hälfte, aber sind wir schon mal gut mit dabei. Ja, ich würde auch generell nicht empfehlen, die Medaillen alle hintereinander zu machen. Das ist ein bisschen langweilig. Also, so zwei Rennen hintereinander ist okay, aber nicht alle drei. Außer es wäre jetzt was, was wirklich sehr kurz ist. So zum Beispiel das bei Linda, diese Springreiten, das hätte man schon machen können. Aber so lange Strecken ist dann, macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. So, Bäm, 1,46. Geschafft. Gut gemacht, sehr gut. Hier ist deine Goldmedaille. Und vergiss nicht, du kannst jederzeit zurückkommen, um weiter zu trainieren, aber Medaillen habe ich keine mehr für dich. Diese Strecke hast du voll gemeistert, auf ganzer Linie. Genau, jetzt kann man nämlich... Oh, du bist in Trainingslaune, das wird deinem Pferd bestimmt gut tun. Nur los, die Strecke gehört dir. Jetzt kann man nämlich das Pferd leveln. Wenn das so blau ist, dann bekommt das hier... Oh, ich sehe gerade. Moment, man levelt das Pferd auch, wenn man Medaillen reitet. Ich dachte, man levelt das nur, wenn man diese alltägliche... Weil unser Pferd ist jetzt schon ziemlich ausgelevelt. Wir können eigentlich nur noch Ausdauer leveln. Weil diesen schwarzen Bereich können wir nicht leveln. Wir können nur das, was orange ist, leveln. Das ist ja cool. Dann kaufe ich mir auf jeden Fall noch mal ein anderes Pferd, bevor wir die ganzen anderen Rennen machen. Das ist nicht schlecht. Ich dachte, man levelt nur, wenn man die blauen Rennen macht, aber... Cool. Ja, dann haben wir schon mal hier... Was war denn das blaue? Ah, das war Stallarbeit wahrscheinlich. Ja. Dann haben wir hier jetzt schon mal ein Rennen abgeschlossen. Und unsere erste Goldmedaille. Sehr cool. Dann geht's jetzt zum Jorvik-Stall. Den kleinen Disco abgeben. Und dann, wie gesagt, da noch die Rennen. Oder, naja, das bei Hermann ist ja kein Rennen, aber... Na, noch die restlichen Medaillen holen. Ich will eigentlich... Moment, jetzt reite ich ja hier wieder hoch. Hier will ich ja gar nicht hin. Ich will eigentlich mit der Stahlarbeit noch warten, bis wir in Validale sind. Weil ich glaube, dass ich da mehr Geld bekomme als in Hillcrest oder im Jorvik-Stall. Furgrove wäre natürlich das Beste, aber das dauert wahrscheinlich noch. Deswegen will ich eigentlich damit noch warten. Aber wir haben jetzt durch die Quests auch wieder Geld bekommen. Aber für ein neues Pferd reicht das natürlich nicht. Ich denke, dass ich mir dann das Pferd für das große Turnier auch... Infragrove oder Validale hole. Aber ich das hier echt hübsch finde. Also ich mag das Pferd total, aber es ist halt... Ja, Anfängerpferd. Na ja. So, wir sind gleich da, erkennbar in diesem riesigen Felsen, den man hier immer sieht. Das ist immer so der Orientierungspunkt. Wenn man den sieht, weiß man, ah, da ist der Jorvik-Stall. Ich habe auch lange überlegt, in Star Stable Online meinen Heimatstall zum Jorvik-Stall zu machen, weil der einfach... Ja, für mich schon so ein bisschen Heimat bedeutet. Das war so der erste Berührpunkt überhaupt mit Star Stable für mich. Aber in Star Stable Online macht das nicht so viel Sinn, weil das... halt schon irgendwie am Rand ist. Und deswegen bin ich da... schon seit Jahren bei Steves Farm. So, Moment, zu dir wollte ich jetzt noch gar nicht. Wollte erst zu der Tierärztin. Was haben wir denn hier? Anscheinend ist er in eine Glasscherbe getreten. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ich sage dir dann Bescheid, wenn ich fertig bin. Gut. Dann machen wir jetzt noch schnell die Silbermedaille bei Hermann. Oh je, der hat auch wieder ein paar Quests hier. Willst du schon um die Silbermedaille kämpfen? Es liegt ganz bei dir. Viel Glück! So hart zu trainieren bedeutet wahrscheinlich, dass du es ernsthaft darauf anlegst, einen Platz in der Finalrunde am... Was? Was? Meck... 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 Kille... Was? Meck... Kilkencock... Castle... zu ergattern, um den Claymore-Pokal zu erringen. Meck... Kilkencock... Castle... Was für ein Name. So, diesmal passe ich aber besser auf, dass ich nicht wieder gegen diesen Futtertrog da reite. So? Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend. Sehr spannend, das Ganze. So. Entschuldigung. Dann haben wir jetzt Silber. Im Grundkurs. Perfekt, wirklich ausgezeichnet. Hier ist deine Silbermedaille. Ich gratuliere. Und wir sind wieder in Level gestiegen. Ja, vergeben wir doch gleich mal Punkte. So. Aber bevor wir dann hier Gold machen, würde ich sagen, war es das erstmal wieder für diesen Part. Und wir steigen dann im nächsten gleich mit der Goldmedaille ein. Und ja, schauen, was wir hier noch so machen können. Hier gibt es ja jetzt immer mehr Quests. Oh, hier hinten auch eine. Auf dieser kleinen Insel. Ich meine sogar, das ist die beim Leuchtturm. Weil da steht auch ein Leuchtturm. Aber ja. Wir werden sehen. Und dann würde ich sagen, war es das wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.